Heute mal wieder ein Movie von uns. Und zwar mussten wir heute unbedingt in Slotas. Wir brachten einen Zahnpfleger. Er hat sich gleich noch einmal heft. Er gaumert. Aber Papa ist lieber zwei gekauft. Also das ist nur zum Mal und das zum Nachmachen. Also ihr seht ja, wir sind wieder mal bei Tels 4. Es ist so, nach den Testen des Schnellrestaurants wird ich ja am liebsten meinen Bürgern. Aber ich habe Burger King hier in dieser Gegend noch nicht gesehen. Wir haben einen Lieblings-Lotas in KFC und im Pixie KFC und sonst noch machen. Aber ich kann das mal nicht sehen, gut gehen. Das ist super schweig, oder? So. Wow. Hmmmm. So kann man Papa. Wow. Wow. Hmmmm. Oh. Ja. Ja. Bitte nein. Oh, hier war ein bisschen Schärfe drauf. Also, es geht. Also, was habe ich heute gemacht? Oder mal in die Schule gebracht. Dann habe ich ganz am Computer wieder mal zugebracht. Ja, wisst ihr, das ist ja nur Movie schneiden und informieren und googeln und machen. Ich habe für dich heute Lieder runtergeladen. Oh, Lieder? Ja, deine vier Lieblingslieder. Ja, ansonsten, was gibt es zu berichten? Ja. In vier Wochen haben wir Ferien. Da sind wir 15 Tage im Vaterjahr, ne? Ja. Ansonsten habe ich morgen heute mal wieder einen wunderschönen Tag. Was ist denn morgen? Ja. Weißt du nicht, was morgen ist? Also, morgen ist der 14. September. Und da ist Papa elf Jahre hier in Thailand. Ja, und der hat den Brotstag. Und der hat den Brotstag. Das weißt du. Ui. Das freut mich ja. Hm. Was findest du mehr was Schönes? Ja. Jawoll. Also, in dem Sinne. Wir machen nachher noch mal ein paar Aufnahmen. Und dann sehen wir uns. Bis gleich. Ja. Mhm. Wir sind jetzt gerade draußen. Und ja. Ich glaube, wir kommen in den absoluten Regen, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Deswegen werden wir alles verstauen. Ja. Alles wegpacken. Ja. Und dann werden wir nach Hause fahren. Ja. Also, in dem Sinne. Ist ja nur ein Kurzmovie. Ja. Falls euch unsere Movies gefallen, gern ein Abo da lassen. Ja. Oh, ich hab schon eine Tropfen abgekriegt. Ja. Schnell ins Moobett. Also. Ja. Wenn euch mal unsere Movies gefallen, gern ein Abo da lassen. Danke. 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 Ansonsten. Bleibt mir gesund. Bleibt mir munter. Und. Werdet alle glücklich. Wer hat morgen Geburtstag? Papa. Also. Eure Tattoo-Männer. Geht mal weg hier. So, jetzt sind wir noch mal. Ja. 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 Wir wollten grad nach Hause fahren. Also, ihr seht's ja leicht. Aber es geht noch. Wir haben uns grad noch gerettet. So. Wir halten mal drauf. Wenn der Papa Geburtstag hat, dann weint der Himmel. Das war mein Bestbeutel. Das war mein Bestbeutel. So. Ja. Ihr seht's hier. Wir werden jetzt noch eine Weile hier fahren. Ich hoffe, dass es nachher aufhört. Ansonsten, ja. Wir werden ja unsere Weintraume essen. Schmecken sie dir. Ich gefällt dir das mit dem Regen. Nee, ne. In dem Sinne, wie gesagt. Wir müssen warten. Also. Du bleibst voll mit dich. Bye, bye. So. Dann nochmal. Die Polizei hat gerade die Straße abgesperrt. Aber ich weiß nicht, es gibt irgendwie keine ersichtlichen Gründe. Ansonsten, ja, was soll ich euch sagen. Otto ist im Laden. Zwei Frauen und zwei Katzen. Ja. Zack. Weg war er. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, meinen Reifen reparieren lassen. Und ja, habe mich gerade damit beschäftigt, einmal das durchzulesen. Also. Es ist wieder sehr schwierig. Bahn. Also. A. N. B. Rang. Sit. Also hier fehlt wieder Buchstabe irgendwie. L. 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 7. Jawoll. Er wäre schön, wer dem helfen würde. Irgendwie weiß ich jetzt nicht, was er jetzt Betonung. Und da ist ein A oder ein E. Ja. Er weiß nicht, was er mitgeschrieben hat, aber er mitgesprochen hat. Ansonsten würde ich sagen, ihr seht, es hat aufgehört. Wir machen los. Los. Bye Bye.